In meinem letzten Video habe ich euch mein Ultraschallreinigungsgerät für Brillen gezeigt. Viele meinen, dass man auch einfach die Brille unter Wasser halten kann. Die Brille wird mittels Ultraschall gereinigt. Dadurch werden auch Stellen sauber, die mit bloßem Wasserstrahl nicht zu erreichen sind. Beispielsweise an der Brillenfassung und in den Ecken. Wie reinigt eigentlich ihr eure Brille? Folgt mir für mehr Produkttipps.